Hallo und schön, dass ich auf Ihrem Bildschirm erscheinen darf. Mein Name ist Stefan Schnelle für Schneewoli. Wir machen Film und wir sind im Großraum Aschaffenburg und Frankfurt für unsere Kunden in Sachen Videoproduktion und Liveübertragung unterwegs. Die Firma Horcher, bereits seit über 15 Jahren Kunde bei uns, vertreibt Geräte an Pflege- und Altenheime. Im Wesentlichen geht es um Deckenlifter, um Hebelifter, um Steckbeckenspüler und um Pflegebadewannen. Geräte, die notwendig sind, um älteren oder pflegebedürftigen Menschen ein Minimum an Körperhygiene zu garantieren. Alle diese Geräte sollten auf YouTube präsentiert werden. Hintergrund der Außendienst kann die Alten- und Pflegeheime nicht mehr besuchen und so hatte man die Möglichkeit, die Produktinformationen und die Neuigkeiten digital zum Kunden zu bringen. Aus dieser Zusammenarbeit entstand die Idee, wie wäre es denn, wenn man tatsächlich direkt mit dem Kunden in Interaktion treten kann. Es wird in Kürze einen digitalen Showroom geben. In diesem digitalen Showroom werden alle Geräte vorführbereit stehen. Der Kunde sitzt an seinem digitalen Endgerät, das kann ein Handy sein oder auch ein ganz normaler Computerbildschirm. Durch das Umschalten verschiedener Kameras und den Aufbau der Geräte schaffen wir eine Möglichkeit, Details am Gerät zu erklären, wie sie so in einer normalen Webkonferenz nie möglich wären. Über die Stimme und über ein Mikrofon ist der Verkäufer mit dem Kunden verbunden und kann ganz normal wie im normalen Verkaufsgespräch auch erklären und dem Kunden seine Fragen beantworten. Langfristig glauben wir, dass dieser Verkaufsprozess eine echte Zukunft haben könnte. Der Außendienstmitarbeiter, der sonst mehrere hundert Kilometer zu seinem Kunden hätte fahren müssen, um ein Gerät vorzustellen, aufzubauen und dann auch noch vorzuführen, fallen weg. Die Außendienstmitarbeiter haben die Gelegenheit, sich mit anderen Verkaufsaktivitäten zu befassen. Tatsächlich haben wir mittlerweile auch einen zweiten Kunden, der sich für dieses System interessiert. In diesem Fall geht es ganz konkret um Schuhe und um die Vorstellung einer neuen Kollektion. Man darf also gespannt sein. Ich freue mich an dieser Stelle auf jeden Fall über Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und wenn Sie Fragen zu dem vorgestellten Konzept haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an mich.